Wir sind bei Dennis angekommen und bei Krissi angekommen und Dennis war ein absoluter Ehrenmann und hat einfach schon Köpfe vorbereitet für uns alle. Okay, was hast du mir gebaut? Also in den Meerlochköpfen ist tatsächlich das gleiche drin. Das ist Bapai Dinner, Lemon Sweets und Käse mit Pineapple. Geil. Also in den beiden? Also eine Kosmo-Türkisch, eine Kosmo-Türkisch, welche ist die Predator? Na ja, auf jeden Fall Kosmo-Türkisch, aber ein Fancy. Genau. Dann haben wir ein Epos. Genau, beim Epos, ich glaube, da ist auf jeden Fall ein bisschen Black Ice mit reingewandert und ich glaube auch noch mal ein bisschen Lemon Sweets, aber die dritte weiß ich nicht mehr. Und hier neben Wandenberg ist drin auch Kiss mit Black Pineapple, Kiss mit Black Rose und Zitroneminze. Nice. Und Buf ist auch am Start. Hallo Buf. Hallo. Ach so schön. Ja, Buf ist noch nicht so begeistert davon, dass wir alle hier sind. Aber mit ein paar Leckerlis konnte ich ihn eben ein bisschen zum Kuscheln überreden. Und nur ein bisschen. Na? So, die Pfeifen sind durch. Der Mino ist noch am Start. Der Mino hat überragende Brownies mitgebracht. Wir haben noch ordentlich mit Buf gekuschelt, auch wenn der Fokus wieder keinen Bock hat. Ah, da hinten. Schnell wieder weg. Und jetzt machen wir zwei uns auf die Reise, ne? Yes. Let's go. Auf nach Prag. So, Freunde. Grüße aus dem Auto. Hallo. Der Basti, mein Kameramann fürs Wochenende, ist am Start. Wir haben eben schon einen kleinen Zwischenstopp in Nürnberg eingelegt. Da haben wir ein leckeres Köpfchen beim Dennis und bei der Krissi geraucht und ganz viel mit Buf gekuschelt. Wichtig. Und jetzt sind wir weiter auf dem Weg nach Prag, weil wir dieses Wochenende eingeladen sind, uns Hukamonk anzugucken. Volles Programm, viel vor am Wochenende und sehr, sehr gespannt. Hukamonk ist ein Konkurrenzprodukt zum Nevo, ein elektrischer HMD, der aber ein paar andere Ansätze hat und es gibt in Tschechien bzw. in Prag auch schon die ersten Bars, die fast komplett damit ausgestattet sind. Und so eine Bar werden wir auch besuchen. Wir sind gespannt. Wir gucken es uns an. Aber wir haben noch zwei Stunden bis Prag. Also, let's go. Bis zum nächsten Mal. So Basti, was sagst du zum Hotelzimmer? Kuschelig. Kriegen wir mehr als Review oder war es das? Ja, also du hast eine große Decke, du stößt ja auf jeden Fall nicht in den Kopf. Aber ich werde vom Mikro attackiert. Du sollst uns gerade mal kurz von der Kamera verabschieden. Ansonsten viel LED-Spielerei. Ich habe noch eine andere Frage, Basti. Wie ist denn dein Hotelzimmer? Nicht vorhanden. Wie nicht vorhanden? Nicht vorhanden. Wo Hotel? Ja, keine Ahnung, werden wir vielleicht später noch sehen. Also wir klären das noch, aber das ist auf jeden Fall das Bett. Ich würde es euch gerne ganz zeigen, aber ich stehe am anderen Ende vom Raum. Das ist wirklich... Also es ist nicht groß, aber es ist schön. So, kann ich es euch halbwegs zeigen. Wir wollten uns gerade die Aussicht angucken, aber das sieht es selbst. So, Basti, jetzt sind wir zusammen im Knast. Ist das etwa ein Date hinter Gittern? Ja, es ist nicht groß, aber es ist schön. Bad, wo ist Licht? Hier, ne? Wieder LED-Elemente. Hallo. Hallo. Auf jeden Fall große Dusche. Das ist gut. Und auch schön hoch. Obwohl, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das wird nichts. Wunderbar. Aber es geht. Da habe ich Instant Glatzen bestrahlen. Oh nein, das ist nass. Instant Glatzen bestrahlen auf jeden Fall. Hier ist der Funky, Classy, Sassy, Rock'n'Roll, Hipster. Body, Body, Lotion und Shampoo und Conditioner. Basti, willst du meinen Shampoo und Conditioner? Ich habe da nicht so die Verwendung für, ne? Ich habe es. Danke. Äh, bitte. Okay. Ja, aber ist schön. Ist schön. Nicht groß, aber dafür schön. Das ist gut. Muss ja auch nicht groß sein. Wir wollen ja in die Shisha-Bars und nicht im Hotelzimmer sitzen, ne? Okay, kuscheln wir kurz und gehen dann einfach auch. Alles klar, bis gleich. Basti auf der Überholspur. Okay, wir sind in Prag angekommen und laufen... Was für ein Snap oder eine Story? Snap. Ah ja. So, was machen wir jetzt, Basti? Äh, wir gehen jetzt Shishi rauchen. Hubbli-babbli. Loft Number 8 ist unsere erste Anlaufstelle. Wir laufen zwei Minuten vorm Hotel, das ist sehr gut. Und dann gibt es hoffentlich die erste Shisha in Prag. Wenn wir schnell ein gonna eaten, geht's doch nicht weiter. Oh, jetzt ist das gut. Es liegt dran, ich durte es nicht in degree. Es geht herum jetzt weiter und es ist eigentlich zum Teil der woofer. Und dann ins Es geht weiter? Wir sind angekommen, wir sind in Loft No. 8, wir rauchen die erste Pfeife, noch mit normalem HMD, aber gleich kommt der erste Electrical HMD, da sind wir gespannt. Wir rauchen übrigens Space Flavor mit Lemon Sweets von Blackburn und ein bisschen Supernova, weil die gibt es natürlich Supernova ohne TPD. Musik Wir sind jetzt im Loft Number 8. Wir haben die ersten Pfeifen. Hinten ist auch schon die erste elektrische, aber die gucken wir uns die Tage noch richtig schön genau an. Jetzt gibt es erstmal die ersten Drinks, die ersten Pfeifen, die ersten Snacks. Da machen wir uns jetzt ran. Lecky, lecky. Ich habe gesagt, ich will nicht cremig. Ich habe cremig, aber gut cremig tatsächlich. Allein Props, dass er es geschafft hat, etwas cremiges zu machen, was für schmeckt. Sandro hat den E-HMD. Er raucht gerade elektrisch. Also das ist das Gerät, was hier gerade in den Tischen drin ist. Das ist auch das Display, was jetzt hier hängt. Also das ist das Display. Und hier sieht man noch die Ports. Die sind auch hier in den Tisch eingebaut. Er hat basically einen kleinen Computer drin. Einen riesen Powerbrick mit 500 Watt. Und da schließt man dann noch den HMD dran an und dann kann es losgehen. Aber wenn man das so in den Tisch integriert, ist das natürlich geil. Da siehst du fast gar nichts von. Aber ich hoffe, morgen können wir uns alles in Ruhe angucken. Können wir alles nochmal richtig auseinandernehmen. In dem Gerät sitzt gar nichts. Das geht straight in den HMD. Also da sitzt derselbe HMD drauf wie auch hier. Und da sitzen die Heizelemente drin. Ich dachte, da wäre noch irgendwas unten dran. Wir nehmen ziemlich viel weg von morgen. Ich denke, morgen können wir uns das alles in Ruhe angucken. Aber ich bin jetzt schon zu hyped und will jetzt schon alles wissen. Wir haben bestellt Tempura Sushi Rolls. Die werden wir jetzt probieren. Die sehen auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. 10 von 10. So, wir haben uns jetzt hier auch so eine elektrische bestellt. Da, mit dem schönen Hookamonk obendrauf. Und der Basti, die ganze Zeit eigentlich hinter der Cam, der hat jetzt die elektrische am Start. Und obwohl wir gerade erst auf Start gedrückt haben, scheint da schon ein bisschen was zu kommen. Soll ich noch mal machen? Mach noch mal. Not bad. Also dafür, dass die halt literally gerade 30 Sekunden an ist. Eine Stunde 50 hat man an Rauchzeit. Und dafür ist das auf jeden Fall schon ziemlich nice, würde ich sagen. Ja, geht klar. Gut, also wir testen jetzt mal ein bisschen die elektrische und dann gibt's ein erstes kleines Fazit. Aber wir haben ja noch ein paar Tage. Können wir noch in aller Ruhe testen. Was machst du gerade? Ich rauch gerade immer noch die Pfeife mit dem Warp von Hookamonk. Wie lange haben wir den jetzt getestet? Ungefähr 30 Minuten. Ich spiele ein bisschen rum mit den Gradzahlen. Der schiebt mich anders weg. Aber schmecken tut er gut. Also der Geschmack ist extrem stark. Vom Gefühl her fehlt einfach noch ein bisschen Rauch. Aber so, echt gut. Können wir mal zeigen. Not bad. Ja. Geht schlimmer. Fehlt aber noch. Wie findest du den Unterschied E-HMD und Kohle? Man hat einen viel cleaneren Geschmack als bei der Kohle, weil die Kohle verfälscht schon sehr, würde ich sagen. Mehr als man denkt, oder? Mehr als man denkt, genau. Es ist auf jeden Fall tricky. Am Anfang ist ja sehr heiß. Also das merkt man auch im Rachen. Aber erst mal so, der größte Unterschied, den ich merke, ist halt einfach die Rauchentwicklung. Aber sonst auch. Freunde, ich habe einen neuen Kopf bekommen. Blackburn, Ethanol, Ethanol, Melon, dann den Killer Peach von, also alles Blackburn. Also den Melone von Blackburn, den haben wir nicht bei uns. Dann den Peach von Blackburn, den haben wir auch nicht bei uns. Und Strawberry Jam. Ähm, ich mag den Melonen. Ich mag Melonen. Alright, das war der erste Abend. Loft No. 8. Auf jeden Fall sehr schöne Bar. Überraschend gute Köpfe. Ich war erst ein bisschen skeptisch wegen eigenem HMD und so. Oft sind die ja dann eventuell nicht so geil. Aber, turns out, die sind geil. Und auch die Mixes, die uns der Broda gemacht hat, waren echt gut. Jetzt müssen wir noch den langen, langen Weg zum Hotel auf uns nehmen. Das ist ungefähr 100 Meter. Also sollten wir hinkriegen. Und dann checken wir noch den Basti ein. Der hat nämlich noch ein eigenes Zimmer. Und dann ist gute Nacht. Und ich habe erfahren, morgen um neun Frühstück. Ah, okay. Aber um zehn geht es los. Also wir müssten auch nicht unbedingt direkt um ready sein. Okay. Also zehn. Zehn ist wichtig. Gute Nacht. Good morning. Oh, da klopft das schon an meiner Tür. Wir müssen zum Frühstück. Good morning. Morning. Breakfast? Yes. Break. Ich finde es übrigens krass, dass du keinen Haarwachs dabei hast. Traurig, ne? Ja. Erschreckend. So, Frühstück wurde reingeballert. Jetzt haben wir noch unsere Shisha-Sachen geholt. Wir sollten nämlich ein komplettes Shisha-Set mitbringen. Gerade noch die Jacke drauf. Und dann geht es wohl weiter in das Hookamon Headquarter. Und da werden wir wohl die ersten Produkt-Introductions bekommen. Und auch die ersten Produkt-Tests starten. Jetzt warte ich auf die anderen. Und dann wird's gå. Musik Junge, das Summerschild ist Top morgens. und topmorgens. Der Sandro kriegt heute den Part 1 seiner Schaulinausbildung. Bist du bereit? Wir fangen an mit einer acht stündigen Meditation. Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Wo ist das WG-Logo? Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Oh, da bin ich dabei, wenn es Pfeife gibt. Und du bist in Blonde? Ja, da bin ich dabei. Ja, da bin ich dabei. Und Dangee hier. Oh, da bin ich dabei. Oh, da bin ich dabei. Was machen wir? Apa-Apa-Time. Mittagessen. Lunch. Let's go. Let's go. Let's go. Wir haben gut gegessen und jetzt brauchen wir Habli-Babli. Habli-Babli? Ich habe Mastheft dabei. Wir haben eventuell nur eine SD-Karte dabei. Ich habe unterschätzt, wie viel wir aufnehmen. Deswegen habe ich gerade noch eine SD-Karte gefragt. Wir kriegen eine gebracht. Ehre. Das war cringe. Echt? Ja, weil ich es so gemacht habe. Super. Perfekt. Als erstes wollte ich gerade schon mal gucken. Ich baue jetzt einen von den Hookamon-Köpfen. Ich wollte einmal gucken, wie hoch ich bauen muss für Kontakt. Aber wir sehen, dass die Platte da drin flach ist. Und dementsprechend hier drauf aufsitzt. Das heißt, ohne Kontakt muss ich nur gucken, dass ich ganz knapp unter diesem Ding hier bleibe. Und dann sollte alles gut sein. Ansonsten das Ding sauber machen mit Kontakt wird wahrscheinlich ziemlich nervig. Danke. So, also ich probiere jetzt mal den Hookamon-Kopf zu bauen, wie ich eben gesagt habe. Ich habe mir ausgesucht den Dark Side Dark Passion, den Dark Side Virgin Peach. Und ich habe mir ausgesucht den Supernova. Weil hier gibt es noch den guten Supernova ohne TPD. Das heißt, der schleppert richtig rein. Da brauchst du nur eine kleine Gabel und dann ist alles gut. Der Kopf ist ziemlich interessant, weil er nur so ein mini, mini Pfannelloch hat. Und das heißt, ich schaufle da einfach mal rein, verteile ein bisschen. Und dann sollte auch schon gut sein, I guess. Ich würde auch tatsächlich deutlich fluffiger bauen, als ich das jetzt normal mit einem HMD machen würde. Also beim On-Mode oder so rauche ich jetzt meistens auf relativ viel Kontakt. Das würde ich aber jetzt hier lassen. Ich würde weder viel Kontakt bauen, noch super Dance bauen. Ich würde einfach wirklich ganz locker fluffig den Tabak reinschmeißen. Kleines bisschen verteilen. Also ich muss ja erstmal Erfahrung sammeln mit dem Kopf. Es war auch gerade so, wir wollten praktisch hier schon ein komplettes Kopfbaututorial von mir. Was natürlich keinen Sinn ergibt. Weil du erstmal den Kopf kennenlernen musst, bevor du weißt, wie du so einen Kopf baust. Das heißt, das ist halt Trial and Error, wie ich euch auch sage. Da musst du mal höher bauen, mal niedriger bauen. Dann baust du mal ein bisschen fluffiger, baust du mal ein bisschen denser. Und guckst halt, was passiert. Guckst, was gut funktioniert. Und in die Richtung arbeitest du dich dann halt langsam weiter, bis du halt verstanden hast, wie der Kopf und das Setter, was du halt haben willst, funktioniert. Und dann versuchst du es langsam, aber sicher zu perfektionieren. Ist auf jeden Fall schön, mal wieder hier mit dem guten russischen Darkstyle zu arbeiten. Und für den Supernova schmeiße ich jetzt hier echt nur so eine kleine Ecke an Tabak mit rein. Das sollte locker reichen, vor allem wenn das ganze fluffig gebaut wird. Ich verteile jetzt mal ein bisschen. Und dann gucke ich mal, wie viel Tabak wir drin haben. Und ich will, wie gesagt, auf Abstand bauen. Aber ich glaube, ein kleines bisschen mehr kann ich noch rein machen. Mehr Passion oder mehr Peach, Basti? Passion. Mehr Passion. Naja, wenn wir zwei zusammen sind, haben wir immer viel Passion, ne? So, das heißt, wir machen mal noch ein bisschen Passion rein. Und dann verteilen wir das Ganze noch mal ein bisschen. Ich glaube, man könnte bei dem Kopf tatsächlich sogar mehr Loch-Style bauen. Und gar nicht mal so Funnel-Style. Weil das Loch ist eh nur so mini. Aber wir probieren es einfach mal. Also ich würde den Kopf auf jeden Fall schon mal viel, viel flacher machen. Also vom Kopf-Design her genau. Weil das geht so tief runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwas noch verbrauchst. Also hier muss gerade richtig viel Tabak rein. Ich würde fast schätzen, dass wir hier vorneweg 30 Gramm Tabak reinschaufeln. 25 Gramm maybe. Also viel, viel mehr als gedacht. Aber der ist halt einfach super tief, ne? Ich glaube, der Kopf ist über einen Zentimeter tief oder so. Das ist übrigens gerade sehr witzig, weil der ganze Raum jetzt ruhig ist und sich alle zusammenreißen. Da ist jetzt nicht zu reden, weil ich hier eine Kopfbau-Story mache. So, aber ich glaube, mit der Menge Tabak bin ich jetzt zufrieden. Und ich baue den ganz locker fluffig einmal ein bisschen rund rum um das Funnel-Loch. Guckt, dass ich eine ungefähr gleiche Höhe überall habe. Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze so performt. Und so würde ich das wahrscheinlich schon lassen. Ich drücke noch die paar Blättchen, die hier ein bisschen rausgucken, runter. Und dann ist das gut. Ich habe gerade herausgefunden, dass die Köpfe keine Dichtung brauchen. Zumindest für die Pfeifen steckst du drauf und hält eine Superbombe. Guck. Also super stabil da drauf, auch ohne Dichtung. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Du tust das jetzt auf? Ja. Nochmal. Der Kampf der Jahrtausende bricht aus. Sakamoto vs. ich. Wir bauen beide Köpfe. Hooker Battle. Kopfbau-Challenge. Wie auch immer ihr es nennen wollt, die Deutschen werden Brasilien zerstören, wie damals in der WM. Ich denke, ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit, um gegen Morph zu kämpfen. Aber es ist der größte Wettbewerb im Haus. Also es wird eine große Herausforderung gewinnen. Aber ich werde mein Bestes machen. All meine efforts. Und wer ist denn? Du oder Mami? Für Beginn? Es ist viel einfacher. Wahrscheinlich mit mir. Okay. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Sakamoto. 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 Open es. Und wir sehen uns die Magie. Die Magie? Oh. Hier ist es. Oh. Du hast es. Ja. Ich denke, sie haben einen anderen. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Hey Basi. Another one. Another one. Okay. Okay. Act like this. Act like this. Yeah. Make it seriously, guys. I can handle this. Okay. I'll never... I'm not gonna handle that. Okay? Okay. I need a fork. Someone has a fork. I'm screwing you over already. That's mine. That's mine. Okay. Okay. I will prepare Must Have Blarie, which is Blackberry, but it's not called Blackberry in Germany. It's called Blarie. Come on. You said we should fight. We are fighting. White cherry. Kismet. See, I'm really good at shit-talking. And shit-talking is a big part of sport. For sure. I'm okay with this. Done. What's the hen? What's the hen? What's the hen? What's the hen? Usually, I would want to pack with a Fuck Your Life lemon mint, but I don't have it. Cry baby. Cry. I'm still gonna destroy him. A big baby's crying right now. Shouldn't you be preparing a bowl? I don't have my lemon. We're fighting. Like real brothers do. Tiny bit of lemon. Look at his bowl. Look at that. Rookies. Can you make a dead joke right now? Mmm. It'd be good? No, no. Not why we're fighting. It will destroy my anger factor, you know? Okay. That's it. Let's see how long it takes him. Brazil! 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 So fast. Checking out their warmth. It is awful. These two latches are having a little battle. So I'll get a better look. I see something about the tobacco. What is inside? Oh, I said it the whole time. Yeah. Yeah. Here we have a... Of course he doesn't. Yes. Here we have... Here we have... Here we have... Dangerous for a play on the beach. And it's like that one's breakfast cereal. And... My flavor. Sakamuro. Wow! From Ziggy, Brazilian bread. Wow! 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 What do you think about the beach? Yes. 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 Thank you. Yes. 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 Fine. Oh my God, it's a solar digger in a hallway. It's okay. Yes. I don't think so. No Esteem. Excellencies. One of the biggest there. Yes. I have nothing to see. Ich habe extra nicht so viel Kontakt gebaut, weil ich nicht weiß, wie viel jetzt alle Kontakt brauchen wollen. Deswegen habe ich es ein bisschen humaner gebaut, damit es jetzt nicht alle geisteskrank wegscheppert. Weil es geht ja nicht darum, dass es der perfekte Kopf für mich ist. Ich muss den Großteil der Jury überzeugen. How often do you smoke Poi versus H&M? In a week, probably five or six days with Aluminium, and just one with H&M. Oh, okay. I need to practice this a little bit more. Oh, amazing. Now it's mine. It's yours? Yes. Okay, it's not mine, it's yours. Thank you. We will do zero to ten. We will count the points and whoever gets more points, we will bend. We agreed both balls are fantastic and it will be a draw, but you decide. It's awesome. But you spoiled it a little bit, because you know, I've heard from some German accent that there is some blare, you know, in his shisha, so... No. No. What? No. I will see what I feel. And you rate zero to ten. Okay, is it very strong or like... This one is nice. Okay, but don't tell me, I don't know which one. Blindfold. Okay, we will not do it blindfolded. Okay, we just go ahead. Should I be there or here? But if I don't win, I'll be mad at you, so... Okay, it's fine. Okay, so I can introduce you to my mix. Thank you so much. I have chosen blackberry mixed with cherry and a hint of lemon. That sounds marvelous. I hope so. Marvellous. Yes, marvellous. Yes. Yes. All right. For a big guy. So, how is it? It's amazing with 10 out of 10, right? Now, how is it? Do you like it? You can give the same amount of points if you want to. Yes. Zero to tip. Just place something. To the hookah, which you like most. Yeah, it's a draw for me. That's it. That's a draw. Okay, so next. So, this is blery. So, it's blackberry, cherry, and a bit of lemon. And cherry? White cherry from Kismet. It's a German brand. A really renowned tobacco producer from Germany. He makes many different lines of tobacco. I'm sorry, but Germany wins today for me. It's totally fine. I like yours more. It's not for nothing. It's not for Germany, for Brazil. It's just I prefer this taste. Thank you. I will be sad forever, Alex. What did you prepare for a pear? I prepared a mix of blackberry, cherry, with a hint of lemon. Okay. It's close enough. I decided my vote goes to Marvin, because both are very tasteful, but it's a little bit more strong, a little bit more contact, a little bit hotter, I guess. And that's the way I prefer to smoke, but yours is very good as well. But I give my vote here. I'll tell you later. Thank you. So, we talked about how you build HMDs. Because Gabriel said that he usually build a lot more with foil, like you usually build a lot in Brazil. And it's in the Trimony. Does it smoke better for you than the Trimony? Yeah, it smokes good. But I've prepared it with only a little bit of contact. Normally I smoke with more contact, but now I thought for everybody I would go a bit easy. I want to vote for Gabriel because it's my friend. I know I'm longer, but this is good. This is very, very good. Totally. Wow. Live voting. Wow. This is a good job, man. So it's two to two? It's two and two? Yeah, and one draw. So 2.5 for both of us. That's good too. I'm more of a Tangiers fan anyway. He's bald, he's insane. Yeah, but I'm going draw just because I like Tangiers. It's a draw, so we're tying it up. So for each two draws. Yes. That's good. I love you guys, but this Brazil hookah is tasty for me. I'm like, sorry, but... Nice. They've written on you. So that's it? That's it? Are you fine now after today's? I'm sorry, but I like the taste here more. Yeah, yeah. I'm not waiting. I don't know. Come on, give him a hug. Congratulations. No, it's not about win or lose. No, it was. With the Shisha, I win a friend. Such a nice guy. But you also won the ball packing challenge. No, no. You did. We're still the best. But I'll be winning. What do you want? Iuszanka had Focke-Live-Zitrone brought. And then you'd have to win. Yeah safe. Safe, safe. We're done now! We're going to the hotel. We're going to take our Shisha stuff away. Our live streaming stuff. Or Sandro bring his live streaming stuff away. And then... What was the right thing? Interview. Very cool interviews. Streaming was also cool. Streaming was very important. Wir haben gestreamt, Sandro hat seinen IAL-Zetter, ist ja unser IAL-Boy. Und coole Fragen, Kurs an Chat für alle, die dabei waren, sehr nice. Wenn ihr mal Basti's Namen vergesst, ne? Steht auf dem Shirt. Kata! Holy fuck! Spicht! 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 Klasse! Jetzt geht's weiter zum Hot Pot Restaurant. Hot Pot! Hot Pot! Hot Pot! Hot Pot Restaurant! Hot Pot! Mal gucken, wie es ist, ne? Und danach Shisha? Maybe? Lecky lecky? Ja, lecky lecky! Hapa hapa! Hapa hapa! So nice aus! Ja, ich habe auch gleich angemacht. Wunderschön süß hier! What's the name? Onmo? The name is... Onno! Onmo! What is this? Onno HMD! It's the best HMD for Marvin, because I know it will be his favorite HMD! I will try it! Thank you! Onmo! New stuff from Czech Republic! Oh! Da muss hier mal ein paar Sachen rein. Und wenn du es dann mitträgst, kommt das. Und wir waren so... Ja, wissen wir nicht. Könnte es sein, dass wir jetzt fünfmal so... Oh, das successful! Oh, das successful! Oh, das successful! Ey! Sandro! Hä? Hast du Bock auf fünf Gurkensalats? Let's go! Wie leicht ist dein Bestellprozess? 10 von 10 kompliziert. Erstens ist die Hälfte nur auf Chinesisch. Zweitens braucht man irgendwelche Passwörter. Drittens ist die Hälfte auf Chinesisch. Abgesehen davon weiß ich nicht, wie Hotpot funktioniert. Und die Hälfte ist auf Chinesisch. Bitte! Brosh! Brosh! Sie hat sich jetzt den Teufel abgesteckt. Wohl oder auf Chinesisch. Wohl! Das sind die Hälfte. Dann wählen wir die Hälfte auf der Bühne. Und dann wählen wir die Hälfte und das. Wohl! 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 Also man sucht sich einmal eine Suppe aus, die kocht vor allem, dann suchst du die Gemüse aus, dann suchst du dir Fleisch aus und dann musst du aber alles selbst kochen. Also eigentlich ist der Service von dem Restaurant, diesen Tisch zu haben und uns eine Suppe hinzustellen. Aber ich bin gespannt, es bringt Fancy. Wir hatten Gurkensalat und wir hatten Sichuan-Pempered-Chicken und irgendwas ist scharf, aber ich glaube, es geht gar nicht so krass um es scharf. Aber Bastis Lippen und meine Lippen, die kitzeln. Also es fühlt sich ein bisschen an, als wäre ein Körperteil eingeschlafen, nur dass es die Lippen sind. Also es fühlt sich ein bisschen an, als wäre ein Körperteil eingeschlafen. So, wir mussten sehr, sehr kämpfen, sehr, sehr kämpfen, aber oh Gott, guck mal Sebastian. Kämpfen, Game Over. Das Licht von da oben hilft nicht gerade und was du machst. Das kann helfen. Mir wäre das noch super. Aber ich habe noch etwas zu finishen. Weil irgendwie etwas Spicy Beef plötzlich zu voll. Ja, doch, etwas darf man nicht überträgen. Ich bin ziemlich voll. Wir haben noch Spicy Beef geordert. Jetzt bestellt und dann ist es plötzlich Spicy. Oh no, what a surprise. Du musst, äh, du musst dir Papa die Rechnung dringen. Dann bleib ich drauf, ne? Hot Pot, very funny. Bestellt euch nicht zu viel. Würden wir auch niemals tun. Nein, nein, nein. War geil, war sogar geil. Also ich fand es echt cool. Du hast, schweißt da alles auf verschiedene Sachen rein. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen so dippen, ein bisschen da noch rein. Dann gibst du dem noch was, aber nimm es noch was. Nice, war cool, war sehr cool. Wir haben gut gegessen, jetzt müssen wir gut rauchen. Let's go. Wir haben gut gegessen, jetzt müssen wir gut rauchen. Wir haben gut gegessen, jetzt müssen wir gut rauchen. Wir haben gut getroffen. Wir haben gut, wir haben gut geändert. Wir sind gut und geheimes hin. Wir sind gut nach dem Lachen. Wir haben gut ge Augengust. Wir haben gut gleiche sealing. Wir haben gut gegessen, jetzt NE Ere Kassel. Aqui sind sie gerne. Now that you're gone, I got no duties on my list. When you get hangers, it's when you come closer. So better my missbound, this time for closure. You want what you want, but that must be awful. But please pull up your pants, no offense. Won't be dancing in rice. I'm not telling you twice. Nothing you can do to make things right. I'm a champion. Uber. Uber. So loud. Wir gehen zu Kaviar. Und wie war's? Gut. Sie haben drei Uhr nachts gespielt. Sie haben viele andere deutsche Lieder gespielt, nach denen wir gefragt haben. Unter anderem viel 187. Kaviar. War gut. Millionär. War gut. Millionär. So, wir sind weitergezogen, wir sind jetzt noch bei Kaviar. und da massieren wir uns jetzt noch ein schönes Pfeifchen rein. So, wir haben jetzt unsere Pfeifen bekommen, wir sind in Kaviar. Einer weiteren Bar, die habe ich bei Ayosha und Yannick gesehen. Und bis jetzt sehr, sehr gut. Wir haben Vosco Rims Yamumia als Setups bekommen. Alle mit HMD obendrauf. Wir haben eine Moses für zwei. Wir haben zwei Union Hookas League. Und wir haben eine Nude Yannick bekommen. Sehr, sehr lecker. Sandro ist auch sehr happy. Der hat nämlich außerdem Blitzsturm. Ich liebe Blitzsturm. Dangerous Blitzsturm. Çok güzel. Und jetzt lassen wir es uns hier noch ein bisschen schmecken, bevor die um zwei Uhr zu machen. So, zwei Uhr nachts. Die Jungs machen zu. Feierabend wurde verdient. Auch von uns. Absolut Game Over. Ab ins Hotel und schlafen. Morgen wieder ein voller Tag. Let's go. Einen wunderschönen guten Morgen aus Prag. Wir laufen gerade durch die Stadt. Wir haben schon gefrühstückt, haben uns fertig gemacht. Und jetzt startet die Stadttour. Wir haben hier unseren fremden Führer. Und kriegen hier eine nice Tour durch die schönsten Ecken von Prag. Wir haben hier einen kleinen Führerswerden bekommen. Wir haben hier einen einen neuen Bedeutzen vom NDR. Und jetzt sind wir noch einen neuen Bedeutzen. Wir haben dort einen neuen Bedeutzen woanders. Das sollte eigentlich unser erster Bierstopp sein und unsere erste Aussichtsplattform ist zu. Produkte Pet Shemi, Witzene 200, 7000 Produkte, die Chile, Hoseweta. Ok. Ok. Die Hand ist immer gut. Das ist der Grund, dass alle diese Millionen Menschen hier warten für dieses Show. Ja, ja. Sie wollen dieses Show sehen. Blink, blink, blong, blong. Blink, blong, blong, ding, tong, tang, ding, tong, ding. Also, sie haben uns gesagt, wir machen eine Stadttour, aber wir sind jetzt im Prag Biermuseum. Es ist nicht mal zwölf. Was hast du bestellt? Bis jetzt ein Kaffee, aber ich nehme gleich auf Empfehlung das Matuschka. India Pale Ale, IPA, aber ich bleibe bei dem ganz Kleinen. Aber witzig ist auch, ein Kaffee kostet 95 Kronen und das teuerste Bier in groß halbe Liter kostet 99 Kronen. Das heißt, literally jedes andere Bier, außer ein halber Liter von dem Matuschka, ist günstiger als ein Kaffee. Welcome to Prague. Wir haben unser Daydrinking gestartet. Wir haben das erste Bier drin. Ich habe ein Matuschka India Pale Ale, gute alte IPA. Und jetzt geht es weiter. Wir haben das beiden, dass wir jetzt noch eine Katon-Kei haben. Wir haben zwei, vier kat YouTube-Konzpor, nach der drittenden Kronen. Und jetzt gehen wir mal hin. Wir haben die Katon-Konferen aus Baden. Wir haben das Auto-Konferen. Und jetzt den Koffee? Wir haben die Katon-Konferen, das erste Rettungsgeren kann. Wir haben die Katon-Konferen geflächte, oder? Wir haben die Katon-Konferen für die Katon, sich gefallen. Wir sind die Katon-Konferen geflüssigern. Und jetzt geht es weiter. Wir sind die Katona-Konferen, zu einer Koffee. Wir haben die Katon-Konferen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind noch ein bisschen durch Prag gelaufen, sehr sehr schön, wir waren noch auf der anderen Seite von der Moldau und auf jeden Fall ist Zeit für Mittagessen in Hapa Hapa. Wir sind in Apinkasa, das ist ein traditionelles Restaurant. Gucken wir mal was die traditionelle tschechische Küche zu bieten hat. Man nimmt sich ein Stück Knoblauch und dann, äh, vorher hat das besser funktioniert. Auch mal auf der anderen Seite hat es voll gut funktioniert. Dann reifst du das so übers Brot. Und dann nimmst du dir Biefs Tata, aber ich meine, Biefs Tata ist gerade nicht. And just ein Stück Lieds-Tataversion des ZDF, 2020 Und dann掉' das drifalte Nice. Und dann 1938 Und dann,herr an zu Stech, 2020 Jetzt gehen wir noch Shisha-Laden suchen und vielleicht können wir uns noch ein bisschen leckeren ausländischen Darkpland mal nach Hause nehmen. Und, was gefunden? Ne, also erstens war das leider ein super kleiner Laden, hätte er uns das vorher gesagt, hätten wir das glaube ich direkt geskippt und Tabakpreise sind halt geisteskrank, ne? Also was war es, 12, 16 Euro für, 16 Euro für 50 Grad, das Adalia war 400, 400 und das sind in Euro 16,86 Euro für 50 Gramm Adalia, aber uns in Deutschland geht es so schlecht, also uns geht es auch schlechter als vorher, aber es geht immer noch viel schlechter. Aber wir warten gerade auf Marvin, wir haben gesagt 5 Minuten vor 10 Minuten und danach gehen wir in eine Shisha-Bar, die Marvin schon mal war und da tragen wir einen Kopf und danach geht es weiter ins Loft-Garden und da sollen wir uns ein Mixer präsentieren, wurde uns gesagt. Das sind einige tschechische Blogger und so und die wollen von uns wissen, wie man Köpfe baut. So, wir waren ja noch kurz in dem Laden, jetzt waren wir kurz im Hotel, jeder hat sich kurz frisch gemacht. Uwe ist bestellt, noch 200 Meter weg und dann fangen wir noch in The Mist, The Mist, Mist, The Mist. So, was ihr vorbereitet? Ich brauche ein Schmutz von Blackburn. Es ist etwas wie Pina Colada, aber es ist eher eine Tropic-Fruite, wie Mango, Passion-Fruite. Ein bisschen, aber ich brauche Pineapple von Tangiers und ein bisschen Cashmere. Oh, nice! Aber nur für ein bisschen den Tasten. Ein bisschen. Ja. Ich brauche die Heika, die ich benutze? Ja. Ich habe zwei Alphars. Eine Korre und eine Voodoo. Und das ist die Schmutz-Fruite. Wenn ich könnte, würde ich die Medpeer haben. Basti und ich spielen ein bisschen NBA. Sandro und Gabriel spielen FIFA. Und Basti, wie läuft es bis jetzt? Gut. Gut. Und die Shishas sind natürlich auch am Start. Die sind sehr gut. Maybe die beste Shisha, die ich hatte in Prag bis jetzt. Not bad. Basti noch schnell eine Runde in NBA abgezogen. Jetzt geht es weiter zum The Loft Garden. Nächster Stopp. Shisha. Basti, dein kurzes The Mist Fazit? Schmeckt sehr gut. War sehr angenehm zu rauchen. Und die Stärke war genauso, wie wir es wollten, weil wir danach gefragt wurden. Fruchtig frisch. Fruchtig frisch. Fazit The Mist? Fazit The Mist. Kann man empfehlen. Auf jeden Fall. Sagamoto hat uns einen fetten Van bestellt. Jetzt cruisen wir zu Loft The Garden. Miriam. Sieht, du sagst. Und wenn wir nachdem. Das war's 3. Es ist egal. Insofern stehen die Stärke. Sollte das das geht in OK. Wenn wirРatschen. Ich hab's einfach Angst. Das ist okay. Und dann will ich mich noch anschauen. Ich hab ich digne... So, wir sind in Loft No. 8 Garden und wir haben jetzt hier schöne Warps am Start. Wir sind fleißig am Rauchen und gleich kommt noch Happa Happa und Fingerfood hatten wir auch schon und der Sandro ist auch fleißig am Rauchen. Ja, ja, so fleißig. Oh, das ist gar nicht so übel. Wie viel Grad hast du? 155. Wir haben 145, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen. Oh, also wenn es durch ist, kann man hochdrehen. So, 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 so. Also wir haben gerade noch 145. Na, mal gucken, mal gucken. Bastian Johnson und sind auch fleißig am Reden. So, wir bauen jetzt einen Kopf, weil das anscheinend alle hier sehen wollen, wie wir Köpfe bauen. Und das ist die Wege. Machen wir das jetzt. Ich habe dabei... Wollt ihr raten, was ich dabei habe? Oh, your favorite. I will use the Grape Mint. First of all, that's an HMD from Germany. Okay. It's called Onmo. Oh, yeah, thank you. I saw it. It performs similar to the Kalaud Lotus 1 Plus. What I noticed on the first glance is that there is no screws on the back side. It's one piece. Oh, yeah. That's really interesting. The pro of that is they can rust because there are no screws. The negative is it can be a bit harder to clean inside, but I mean the inside doesn't get too bad, so it's okay. Yeah, exactly. Because these are bigger than with the Kalaud, the draw is better. You know, if you... I like to pack so the HMD is completely on the tobacco, and that ensures that you can still draw nicely. Okay. A little bit better with the Kalaud. It's not a huge difference, but it's small. You know who came? Who came? We know the brand. Who came the tobacco? Oh, okay, okay. Yeah, exactly. They have produced a little bowl for a longer time, but they recently switched to a stoneware clay, which is super heavy. If you can have a look. Oh, whoo! And for the German market, we prefer smaller depots, because tobacco now is really expensive in Germany. And we only have the 25 gram package, so this is my old stash, but now you can only buy the 25 grams. Yeah, we know. 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 Yeah. And how do you mix light and dark tobacco regularly? Yeah, super often. Like, for the first couple of bowls a day, or my first bowl a day, I often mix. But most of the time in the evening, then I smoke really heavy, and I just go for full dark leafy. But to me, it's very rare that I smoke only long leafy. Very rare. Is there some kind of mint? Yeah, in the grape mint. Yeah, in the grape mint. Yeah. Yeah, grape mint. This is gonna be great. I'm telling you. Because they probably use, you know. No, it's fine. It's fine. Almost ready. Almost ready. I don't want to give it to you before it's ready. In general, German lounges have, like, really bad reputation in Czech Republic. Unfortunately, it's true. Okay. But there are some good lounges. You just gotta know where to go. But it's really only a few. How are you ready for yourself? It's one of my most favorite combinations. Usually, I don't put the grape mint. Usually, I put citrus mint. It's really nice. Yeah, I really like it. It's really nice. Yeah, I really like it. Yeah, I like it. It's really good. Yeah. But this wise, it's really, really good. For Czech people, it's like, this is the hookah we've made. The stronger, the better. Yeah. How do you like it? A lot. Much. In Portuguese, muito. Muito. Do Caralho. Oh, do Caralho. Oh, do Caralho. There were all of them at the liquor store. I asked them on the liquor store. And I told them about how I bought them. Basically, what I showed for you, for over 5 years. Here on YouTube. One live for the Czechs here in the bar. I picked myself the new lid lip. I brought the odd mode. There on the above. And there, the Kissed White Cherry. The Blurry from Must Have. And a little bit of Praylinx from Fog Your Life. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben kurz die Shisha-Küche in der Shisha-Bar übernommen und werden uns jetzt ein wunderleckeres Köpfchen zubereiten. Das erste, was ich mir ausgesucht habe, ist Siberian Soda. Der riecht übertrieben geil nach so einem Bärenlimonade. Musik Hukamonk 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 So, wir haben eben noch schön unsere Köpfchen zu Ende geraucht, unsere selbstgebauten mit dem Nova HMD. Der Basti hat sich den The Plug mitgenommen und einen AO912 oben drauf gepackt. Und der Sandro hat seine Simulation Expansion Mini dabei, den Popo und den AO912. Und jetzt werden die sauber gemacht und dann gehen wir heim. Und dann war es das mit Prag. Morgen müssen wir heim fahren. Tschüss Kopf. So, die Bar ist leer, wir sind durch für heute. Und jetzt geht's zurück ins Hotel. Wir fahren jetzt noch ins Kaviar und rauchen ein allerletztes Köpfchen in Prag. Back in Kaviar. Und jetzt geht's. 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 Und dann geht's. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Wir haben hier wieder vor der tables, wir haben hier ein Geschenk. Und dann geht's. Musik So, wir sind in Nürnberg, jetzt gibt es noch ein letztes Pfeifchen beim Dennis und dann der letzte Abschnitt der Heimreise Ich wollte fast die Filme jetzt einfach weg